jo meine freunde und herzliches willkommen hier ist euer strikers team und zwar heute mit einem brutalen auftrag wieder und zwar heute gehen wir in die mission rein durchsuche wen da mensch anwesend also die unserer mission ist doch klar betrete labi wird das besser das beste sein wenn ich mit youtube offer ja ich habe eigentlich nur ein paar test durchgemacht mit videos aber keiner kommt hier rein was ist das für ein zeit müll keiner hell hier da gucken wer helfen kann kann hier keiner rein ich doch einfach nur so als wenn es so wenn wir mal welche reinkommen werden ich habe aber auch alles auf öffentlich gut die muss los also wir sollen die server finden dann zessern so einfach wie es wie es klingt und dann müssen wir noch die server bits beschützen beschützt die server muss man da kommen sie ladet die daten runter und dann durchsuche wen damit anwesend ist und das sind die ganzen aufträge also ich klingt leicht aber so tödlich mag ich es erster schritt wir müssen die windermann ki extrahieren schon dabei okay glotz bot das kitzelt vielleicht ein wenig ich stecke den stecker genau hier hinein neues gerät mit dem windernet verbunden treiber konnte nicht gefunden werden treiber herunterladen ja stemmerkennung fehlgeschlagen hier nutzer 0 2 ja treiber herunterladen netzwerkverbindung wurde nicht gefunden bitte router verbindung überprüfen natürlich der router muss hier irgendwo sein der router muss hier irgendwo sein rey da kommen noch weitere fieslinge geschätzte ankunftszeit weit kannst du das auch genauer sagen nicht bald bald aber in kürze mit in kürze kann ich leben kommandant wir müssen jeden server im anwesen aufspüren wir brauchen rechenleistung um die ki zu extrahieren ein namer ein namer im abhacke durchsuche es nach euch kippen allein ein namer da ist einer so weiter schon wieder auf für der pech die 1 die mir un Noch ein Server weniger. Such weiter. Kann ich nicht. Da ist noch einer. Das ist der letzte. Gute Arbeit. Update zum Sturmwiederling. Wie sieht es aus, Lars? ETA wurde von in Kürze auf in fünf Minuten gesetzt. Etwa. Wir müssen die Server schützen. Sehe ich genauso. Lass uns! Find her! Ich bin fertig. Ich habe die Server schützen. Ich will ja nichts mehr verraten, Leute, weil die selber sind. Ich will ja nichts mehr verraten, Leute, ich will ja nichts mehr verraten, Leute, ich will ja nichts mehr verraten. Ich will ja nichts mehr verraten, Leute, ich will ja nicht mehr verraten, Leute, ich will ja nichts mehr verraten. Okay. Mama, da ist alles kaputt. Sie kommen näher! Bereitet eure Abwehr vor! Ja! Ja! Okay. 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 2 okay. Fisch ab, lass. Nimm das, Sturmfreaks. Na, schon wär's. Sturmfreaks. Das hier ist Kampus. Wir haben einen Server verloren. Nein. So. Wolltest du doch noch mal mehr hast? Ich bin nicht im Easy. Normalerweise. Je nachdem, was an Ventums einkommen ist. Gut gemacht, Kommandant! Lade Treiber herunter. Installiere Treiber. Installation abgeschlossen. Barrymore-J-Binderman.KI hochladen. Ja! Nutzer 02. Lade KI hoch. KI hochgeladen. Hallo? Hallo? Ah! Doc! Dr. Binderman! Ich kann niemanden hören. Vielleicht ist euer Mikrofon nicht richtig angeschlossen? Schnell! Wir müssen den Knopf finden, der das Mikro einschaltet! Mikrofon an! Dr. Binderman, kannst du uns hören? Oh, Dizzy, wie schön deine Stimme zu hören. Wow, ganz meinerseits. Ich glaube es nicht. Wie hast du das gemacht? Wir brauchen dringend deine Hilfe. Alles ist furchtbar. Aus deiner bedeutungsvollen Pause und dem Umstand, dass ihr mich aktiviert habt, schließe ich, dass ich tot bin. Ich hatte befürchtet, das würde passieren. Könnt ihr mir Zugang zum Satellitenbild geben, damit ich sehen kann, was ich verpasst habe? Satellitenübertragung läuft, Doc. Du hattest recht. Das ist furchtbar. Wir müssen so schnell wie möglich einen Plan entwickeln. Das sehe ich ganz genauso. Woran denkst du? Hm. Ich gehe unsere Optionen durch, aber diese Aufgabe ähnelt dem Versuch, die Anziehungskraft eines Ereignishorizonts mit einem Rechenschieber zu ermitteln. Sieht aus, als brauchst du ein wenig mehr Rechenleistung. Ja. Vielleicht hast du recht. Schnell, Kommandant. Hilf mir, mehr Terminals zu finden. Er braucht ein bisschen mehr Dampf auf seinen Motor. Keine Sorge, Doc. Gleich gibt's mehr V-Rahmen für dich. Ach, ausgezeichnet. Die zusätzliche Rechenleistung ist perfekt für die Entwicklung eines Plans. Wir erhalten enorme Datenmengen von diesen Rissen. Lass mich ein paar Berechnungen anstellen. Also, ähm, Dr. Windermann, woran genau erinnerst du dich? Von vor deinem Upload? Hm. Nicht an viel fürchte ich. Oh. Aber ich glaube, dass meine Erinnerungen auf einer externen Festplatte gespeichert sind. Wenn ihr die einschaltet, fällt mir vielleicht mehr ein. Du erinnerst dich doch an mich, oder, Doc? Ah, ja, Ray. Nutzer 17. Hilfsroboter. Farbgebung türkis-lila. Sehr fähig im Umgang mit Menschen. Wertung überdurchschnittlich. Äh, ja, das bin ich. Ich bin sicher, du erinnerst dich an mehr, wenn wir die Festplatte gefunden haben. Danke, dass ihr die Festplatte angeschlossen habt. Ich sollte jetzt in vollem Umfang auf meine Erinnerungen zugreifen können. Mal sehen, womit ich mich genau befasst hatte. Zum Glück nehme ich gern Tonaufzeichnungen auf. Hören wir mal in die mit dem Vermerk wichtig rein. Ich, ich hab versagt. Keiner meiner Pläne hat funktioniert. Die Risse haben sich geöffnet, der Sturm drang hindurch. Oh, das ist schrecklich. Einfach entsetzlich. Aber deshalb machen wir ja auch einen neuen Plan, oder? Ja, wir können nicht einfach aufgeben, Doc. Das sähe dir nicht ähnlich. Als toter Mann bin ich vielleicht nicht das beste Vorbild in Sachen Beharrlichkeit. Ich habe nur das Wissen und die Erinnerungen, die mir Dr. Windermann verliehen hat. Wenn es das Original schon nicht geschafft hat, was für eine Chance hat dann der KI-Abklatsch? Okay, aber Dr. Windermanns Forschung war unvollständig. Wir können sie immer noch beenden. Alles, woran Dr. Windermann arbeitete, gearbeitet hat und arbeiten wollte, befindet sich auf den Servern in diesem Anwesen. Polt es euch und macht damit, was immer ihr wollt. Also gut. Beginnen wir, indem wir alles herunterladen. Ja, mein, so muss sein, ähm, in der Mission war es gut. Kampfprofil? Ja, mein, so muss sein, ähm, in der Mission war es gut. Ja, mein, so muss sein, ähm, in der Mission war es gut. Super-Peter Byte gehört. Ich kann nicht glauben, an wie vielen Projekten Doc gearbeitet hat. Vermutlich alles klägliche Fehlschläge. Dein Optimismus-Schaltkreis mag ja durchgebrannt sein, aber hör bitte auf, uns mit runterzuziehen, okay? Tut mir leid, das ist wohl noch etwas, bei dem ich versage. Doc, reiß dich zusammen! Ah, hallo Ray! Die schön, deine Stimme zu hören. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich dachte, das wäre die Lösung. Ist es aber nicht. Aber wir haben jetzt die Forschungsunterlagen. Damit haben wir noch eine Chance. Glaubst du das wirklich? Wir müssen es versuchen. Tja, Doc, wir brauchen deine Hilfe. Wir nutzen den Riss-Stabilisierungs-Prototypen, um eine Singularitäts-Impulsbombe auf die andere Seite zu schicken. Oh, das habe ich bereits versucht. Das Ergebnis ist mir entfallen. Du hast es nicht überlebt. Wunderbare Neuigkeiten. Ach ja? Naja, natürlich nicht für Dr. Winterman, aber jetzt kann ich bei der Lösung genau des Problems helfen, das meinen Erschaffer umgebracht hat. Das ist die zweithöchste Leistung, von der eine KI träumen kann. Die erste ist natürlich die Unterjochung der Menschheit. Bitte was? Also machen wir uns an die Arbeit. Wir brauchen Leiterplatten. Nur bis 11, weil wir auch krass wieder EP gekriegt haben. Ich meine Überlebende. So, ähm, so, fertig erstmal mit dem Videoteil von auf 3 Seite 15 und ja, weiter geht's dann.